Der Zoo ist amtlich geschlossen? Ja, aber das ist ja furchtbar. Hm, meine Reporterinnennase sagt mir, dass da noch etwas anderes dahinter steckt. Das sagt mir mein Rüssel auch. Aber was? Du, Benjamin, ich hatte doch eben so ein schlechtes Gefühl wegen... Baron von Zwiebelstreck, aber ja. Der hat doch gesagt, wir werden unser blaues Wunder erleben. Du glaubst, er hat beim Bürgermeister angerufen? Und ob er das hat? Die beiden kummeln also wieder miteinander. Ein Skandal ist das! Ach, Kinder, wenn uns nichts einfällt, ist es aus mit dem Zoo. Sensationell! Nein, ich meine natürlich katastrophal! So ein Quatsch. Ist dir etwa schon was eingefallen? Natürlich, die Lösung ist doch ganz einfach. Wir gründen eine Zoofeuerwehr. Einfach nennst du das? Wie soll das denn gehen, Benjamin? Also Karl ist gerade im Urlaub und ich... Sie müssen gar nichts tun. Ich bin doch Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber ja, Herr Blümchen! An ihren heldenhaften Löscheinsatz an der Schule kann sich ganz Neustadt noch gut erinnern! Benjamin, du lieber Elefant! Kann sprechen und bist überall bekannt! Tera! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!